Es folgt ein kleiner Ton- und Lichttest. Und der ist auch schon wieder vorbei. Ich bin dein Gummibier. Ich bin dein Gummibier. In today's dramatic reading, Life is Life, by Opus. Na 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 na, life is life, na 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 na. Das ist ein Test-Test-Test, das ist ein Test-Test-Test. Es hat keinen Sinn zu kämpfen. Höllenglocken. In unserer heutigen Lyrik-Lesung ein Special. Prosa und Lyrik am Fußballplatz mit Tanzbär und Simon. Ja, hallo und herzlich willkommen zum alles entscheidenden Finale zwischen FC Tanzbär und Dynamo. Simon, die Nerven vor diesem wichtigen Entscheidungsspiel liegen blank. Und da sehen wir auch schon eine etwas härtere Attacke von Daniel Düsentrieb-Tanzbär. Ein schönes Solo jetzt. Gestoppt aber von Pipi-Lotter Simon. Simon, der hat zwar nicht den Ball dafür, aber den Gegner vom Platz schießt, sauber gemacht. In unserer heutigen Lyrik-Lesung Gangnam Style von Psy. Halt dich fest. Das U-Boot taucht, gleich wird die Sonne untergehen. Ich glaube, wir sind schon ziemlich weit. Ich kann den Leuchten nicht mehr sehen. In today's dramatic reading Wiggle Your Booty by Trek Shitters Tonight is super trooper Lights are gonna find me Nochmal ein Versuch, das Piepsen zu eliminieren Und nochmal ein kleiner Test Ein kleiner Test Also wenn das jetzt funktioniert, dann ist das das doofste Workaround, das ich jemals gehört habe. In unserer heutigen Lyrik-Lesung Bad Romance von Lady Gaga In unserer heutigen Lyrik-Lesung Das Trollolo Lied Von Edward Anatolyevich Giel L'americano Oh 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 Baby Ein überfüllter Raum, Freunde mit müden Augen, ich verspecke mich vor dir, denn das geht nicht. Das ist ein Test, das ist ein Test, das ist ein Test. In unserer heutigen Lyrik-Lesung, ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Zuerst lag ich in einem Ei, dann schnie, schnappi, schnappi, ich mich verquillte nicht, stopp, auch noch bewegen, denn... In unserer heutigen Lyrik-Lesung, Euphoria von Laureen. In unserer heutigen Lyrik-Lesung, Call Me Maybe von Carly Rae Jasper. Schipsel. Schipsel. Any way the wind blows, doesn't really matter to me. Das ist ein Test, 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 das ist ein Test, Test, Test.